Du darfst das nicht zulassen. Wie fühlt es sich an? Weißt du es noch? Das erste Mal hast du gesagt, es wäre als würde man aus sich heraustreten. Als würde die Zeit niederknien und auf deine Entscheidung warten. Du hast meinen Stuhl bewegt, ohne ihn zu berühren. Das ließ mich erschauern. Diese Möglichkeiten? Aus dir wurde an diesem Tag etwas Neues, etwas Höheres. Ich wusste damals wie heute, dass es unsere Bestimmung ist, die gesamte Menschheit auf eine neue Stufe zu heben. Entschuldigung. Tag hin, Klapschmeinil. Tag hin, Klapschmeinnil. Oh, 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 oh. 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 Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. 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 Geschützt. Schöpfung. Auf den Platzieren. Ich bin krank. Völlig neben mir. Ich glaube nicht, dass ich zu meiner Schicht kommen kann. Okay. Soll ich das Array noch fertig machen? Ich habe haufenweise Glas hergestellt. Array? Ich weiß nicht. Ich sollte ein Array vorbereiten. Das war ein Missverständnis, ehrlich gesagt. Lassen Sie meine Experimente bitte in Ruhe, solange ich weg bin. Sie haben mir eine Nachricht hinterlassen. Ich hätte mir nicht so viel Arbeit gemacht, wenn Sie nicht... Natürlich. Ich erinnere mich. Machen Sie einfach erstmal. Egal. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Reden wir morgen darüber. Spielt keine Rolle. Fehler. Charakteranpassung genötigt. Charakteranpassung genötig. 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 Was ist das? Beantrage 9, Operator. Friendstar Pyramid 490, Medizinoperator, bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung fast. Diagnostiziere oberflächliche Verletzung. Nichts was erledigt. Das dauert nicht lang. Alles erledigt. Sie können einen Service-Fragebogen an Empfang ausfüllen. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Hallo, kommen Sie nicht alle checken? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du auch mit countyális ا pounding society warossing. Hweige Steinleff! Tianleff experiment! N�� Was schon? Abgeschlossen. Herr, ich bin nicht. Dr. Calvino, ähm, tja, Sie haben wohl Feierabend oder ignorieren mich. Ich wollte nur, äh, ich, ich komme morgen etwas später. Aber, äh, bereiten Sie morgen bitte gleich als erstes ein neues Mikrolinsen-Array vor. Das alte ist nämlich Schrott. Besorgen Sie sich alles Nötige aus der Werkstatt. Und wenn Clive meckert, nehmen Sie es sich aus dem Lagerschrank, wenn er gerade wegschaut. Und offiziell kennen wir den Code zwar nicht, aber, ähm, ich leide ihn an Sie weiter. Das letzte Mal 90. Willkommen, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Forschung abgeschlossen. Hallo. Hallo. Sooo, willkommen zurück zu Punei. Letztes Mal ist es jetzt schon ewig her, gefühlt. Neun Tage, glaube ich, seit dem letzten Mal. Und jetzt sind wir hier. Hallo. Ach. Diesen Kollegen kennen wir aber. Hä? Oh. Alter. Was geht denn hier ab? Gehebt bin ich. Sorry. Hä? Was ist mit der Steuerung los? Woher müssen wir denn überhaupt? Help? Ich habe mir das Spiel ein bisschen leiser gemacht, weil das echt übertrieben laut war. Junge, 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 Junge. Wo ist denn? Wo müssen wir denn hin? Viel. Okay, wir müssen also hier. Wie komme ich denn hier runter? Warte mal. Wie geht's denn da links? Hier. Oh. Da suchen wir es raus. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Die Wissenschaftler arbeiteten gerade an etwas, als sie starben. Der Zugang zu den Guts ist gesperrt, wenn Experimente laufen. Sicherheitsprotokoll. Sie müssen beenden, was die begonnen haben. In den 60ern und 70ern versuchten die ersten Forschungsteams mit den Typhon zu kommunizieren. Aber das war unmöglich. Ihre Cerebralstrukturen sind hochentwickelt und zweckhaft, aber irgendwie unzugänglich. Sie haben keine eigene Sprache. Sie scheinen uns nicht einmal zu sehen. Also, nicht so wie wir uns sehen. Ich sage zwar wir, aber natürlich bin ich keine Person. Nicht so wie sie. Warnung. Untersuchungsraum beschädigt. Das war nicht so gut. Meine Sensitive ist irgendwie voll für den Arsch. Warte mal. Kann man rollen? Was ist das denn? Warnung! Untersuchung! Warte mal! Entschied ich aber ab. Warum beschädigt. untersuchungsraum beschädigt fass mich nicht an untersuchungsraum beschädigt menschliche eigenschaften zu schreiben die teifen töten uns ohne zu zögern aber nicht weil sie böse sind sie können nicht anders weißt du was wir entdeckt haben wir nochmal sorry dass ich unterbrechen muss aber was heißt kann man holen sie besitzen keine spiegelneuronen trotz ihrer wundervollen fähigkeiten können wir etwas was sie nicht können mit gefühl für ein leidendes lebewesen empfinden okay da dieses ding einfach hier hat verwandelt oder was das ist immer noch zu schnell ne sag mal hey was ist denn damit das ist überhaupt was nee irgendwie gar nicht das habe ich gemacht das ist doch die sensitive ne ja was ich mache ist genauso gleich wie hier was ist damit was passiert wenn ich das hier mache genauso gleich hey muss ich nur speichern okay 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 das geht auch nicht das spiel ist echt crazy wie schnell das kann ich ja so spielen was viel zu schnell guck mal an ich bin gleich bei euch ich hab echt keine ahnung wieso aber das ist einfach so schnell keine ahnung warum es ist mehr ein rätsel sage ich dazu nur wir gehen einfach mal hier durch weiter wie schnell sich das bewegt ich habe auf null fast immer stimmt damit ganzen garen ändert sich null was ist also kannst du nicht ziehen wenn da ganz immer ich mache noch mal außen an bis gleich so ich habe es glaube ich gelöst ja das ist vernünftiger ich habe es alles auf zwei aus der zeige maus bla bla alles einfach auf zwei gemacht automatische auslöscher geschütze transtars letzte verteidigung gegen einen ausbruch schwach aber einfach herzustellen das beste ist die eingebaute psychoskop tag sie kann zwischen aliens und menschen unterscheiden sollte kein problem für sie sein sie sind ja kein alien aktoren nominal ok wir betreten aber mal leider sind hier kann ich schon zum vorteil einsetzen weil wir jetzt hier sind mal schauen umweg begibt sich zum arboretum das ist das denn hier mikro gravitation entweckt oh forschung abgeschlossen ok ok cool ne diese tunnel durchziehen die gesamte station hauptsächlich leitungen für strom wasser und luft aber operator liefern darüber vorräte vom frachtraum zum arboretum bei der geringen anzahl an eingeteiltem personal dürfte auch die typhon präsenz hier nur minimal sein aber das ist vielleicht eine falsche annahme ok ich denke gut für uns alex tresor da ist hier was ich möchte ganz gerne scannen aber die explodieren ja direkt beflöschung abgeflossen das ist das ist das ist drogen das hier warte kann man die zerstören sooo das sieht so cool aus ne oha oha scan abgeschlossen weitere proben benötigt torschung abgeschlossen cystoide systoide Aua, 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 Aua. Effe mal schnell. Aua, Eieiei, ging die Wand geklatscht. Dann kommen wir da drunter rein. Hm. Wie kommen wir denn da hin, wenn wir das nicht können? Ich guck mal, ob ich Checker machen kann, aber hey. Nö. Und jetzt? Ich guck jetzt hier lang. Joi, joi! just, geht auch. Okay. Und ich guck mal auf. ja gut ich könnte den code auch so aber was ist das denn für eine kacke also müssen wir heilen wir müssen mal heilen aber zum essen sonn getrocknete tomaten immer lecker kaffee auch hier ja könnte ich mir mal äh was ist das hier ja so eine syskak rolle blablabla ach der anzug ne der anzug ist das kann man machen warte mal ähm welche kümmern materie die kümmern verbessern ähm das geht nicht effektive weichweite machen wir das einfach ja so äh wo ist denn hier da so ja aber der code den könnte ich mir jetzt googeln äh aber ist doch scheiße ich gucke trotzdem nochmal vielleicht gibt es hier einen anderen weg aber es wäre echt doof wenn man da mit dem hacken das man machen muss naja bis dann ok äh äh ich brauch die glo kanone wo haben wir denn hier roto blätter da ich muss erst mal drauf kommen müssen wir erst mal drauf kommen jetzt mal die knall mal ab die hab ich ja auch noch die hab ich ja auch noch die Was blöd ist? So Oh, 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 oh Aua Guck mal Die Drecksecke sind nicht mehr Ja